Guten Morgen, ihr schiefknackten Scheißhaustüren zum Montag, 13. Mai. Bloß ein kurzer Hinweis. Ich möchte mal wissen, welcher Assi hier ständig die Musik so laut machen. Also ekelhaft, echt. Naja, das ist so geil. Ja, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich bin am Wochenende relativ lange durchs schöne Sachsen gefahren und habe leider das Video auf dem falschen Kanal hochgeladen. Da ich aber eine Bambusleitung habe, bin ich froh, dass es überhaupt irgendwann nach 7 oder 8 Stunden oben war. Und nochmal hochladen, keine Option, echt nicht, nee. Okay, also unter diesem kurzen Schnitzelchen, diese Sehchen so dunkel aus, Katastrophe, unter diesem kurzen Video habt ihr sozusagen den Link zu meinem anderen Kanal und zu dem dort hochgeladenen Rumfahrvideo. Wenn euch die Musik anspricht, reicht das schon. Meine Fresse seht ihr, glaube ich, gar nicht in dem Video. Das ist sehr viel wert. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Guckt euch das Video an, passt auf euch auf. Wenn jemand schon über das Feld, aufheben, Knie selber putzen. Ansonsten, Gass ist rechts, macht's gut, ciao.